Malzeit und herzlich willkommen zu Infectionator Survivors ein spiel wo man quasi alles mit zombies infizieren muss um es ganz einfach zu machen wir machen den campaign mode schauen uns da mal ein bisschen was an haben noch keine stats machen ein new game select team the survivors ach so warte mal ich dachte man muss okay the good the bad locked es ist quasi so ein rambo verschnitten das war die clinton freddy no man left behind left for dead genau bill francis louis and zoe cool aber wir können nur die survivor nehmen scientist worker cop in sydney nichts zum anlocken das ist so böse laut ja oder muss ich jetzt überleben es gibt gibt noch einen späteren titel davon habe schon video gesehen da muss man muss man menschen infizieren do not let zombies pause der schießsetzer tap to start battle ach so emp worse warte mal ich blarte mal die 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 Do not reach zero, tap to start early, searchable objects, ja, let's go. Stay frosty, guys. Yes. 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 No, that's it. Okay. 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 Mmh, Donuts. Nett. Okay. You found nil fuel. Mhm. Schau, was soll ich sagen zu dem Spiel? Es ist, ja. Hm, was ist meine Unterkünfte? Ja, ich tue das jetzt, ne, alles. Missions Travel, das kann ich hier alles so bitte checken. Supply sind minus 6 pro Tag. Okay. Okay. Ja, die können ja blöd. Ach so, das dauert ne Weile, eh das dann ja fertig ist, oder? Was? Was? Reifen? Ach so, das sind Reifen zum Bepflanzen. Was? 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 Okay. Die haben das komplett gepflanzt und geharvestet. So, okay. Ja, Workshop. Ja, schön, dass ich mir das immer wieder erklärt. Recruitment Call. Oh, Preis Batterie ist okay. Und hier unten ist noch nichts weiter. Kuchen, Vegetable Salad, ist ja schön. Sam to venture out. Auch noch. Muss das sein. Ja, ich will die Nacht skippen. So, und jetzt tun wir uns noch paar. Small Animals sammeln. Ja, genau. So macht man das mit den Small Animals. Brauchen wir Holz. Da schläft noch einer. Geldmeat. Assign, Assign. Veggie Salad. Time to venture out. Go. Explore. Guck mal einfach mal, was wir dort finden. Viele Zombies. Man sieht schon, ich bin nicht so sehr angetan von dem Spiel. Schau mal, können die überhaupt was außer daneben schießen? Schau mal, schau mal, nimmst du den Spiel. Schau mal, nimmst du das? Schau mal, nimmst du das? Schau mal, nimmst du das? Oh, das ist nicht so schade. tot passiert schluss noch zwei leute ist also ich traurig schätze ja so berauschen ist das spiel jetzt nicht ich würde einfach mal sagen ich beende das video hier ist zwar kürzer als meine eigentliche viertelstunde aber naja nützt ja nichts wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut und tschüss